Ardha Padmasana, der halbe Lotus-Sitz. Elena zeigt, wie es geht. Gib einen Fuß unter einen Oberschenkel und den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Das ist Ardha Padmasana. Ardha Padmasana ist vermutlich die populärste Sitzhaltung für Menschen, die regelmäßig meditieren. Auch in Indien und zum Teil auch im Westen. Es ist die halbe Lotus-Stellung, denn die volle Lotus-Stellung wäre mit beiden Füßen auf beiden Oberschenkeln. Ardha heißt halb, Padma heißt Lotus, Asana heißt die Stellung. Ardha Padmasana macht es leicht, im Rücken gerade zu sein, gerade wenn du auch auf einem Kissen sitzt. Ardha Padmasana gehört zu den Meditationshaltungen und zu den Sitzhaltungen, die du auch für Pranayama verwenden kannst. lineal 5ват portfunk der Sitzhaltung. Ardha Padmasana ist jornal.